Er passt auf, dass im Biosphärenreservat Rhön alles seine Ordnung hat. Der Ranger lebt und arbeitet im hessischen Teil der Region. Täglich durchstreift Hubert Heger sein Revier. Oder er führt Schulklassen und Touristen zum Rhön-Schäfer in Ehrensberg. Schafe sind die Landschaftspfleger der Rhön und halten ihre Flächen waldfrei. Hallo, mein Name ist Hubert Heger. Ich bin echter Rhöner. Ich komme hier aus dem Nachbarort, bin da geboren, lebe heute noch da. Und ich möchte einfach heute mal mit Ihnen auf Tour in der Rhön gehen. Ich möchte Ihnen ein paar tolle Stellen zeigen. Dort liegt Wüstensachsen, das Heimatdorf von Hubert Heger. Nicht weiter von einer seiner Lieblingsplätze, das Basaltblockmeer am Schafstein. Der Berg ist vulkanischen Ursprungs, das Gestein rund 20 Millionen Jahre alt. Hier war ich auch als Kind schon sonntags früh oft unterwegs mit, ja, schon mit 7, 8 Jahren. Hab mich hier oben vergnügt, bin quer die Blockhalte runter und war dann pünktlich wieder zur Kirche, zum Beginn der heiligen Weise wieder zu Hause. 30 bis 40 Meter dick ist die Basaltblockschicht. Forscher vermuten darunter noch einen Gletscher aus der Eiszeit. Der Wald am Schafstein ist ein echter Urwald und steht unter Naturschutz. Es ist wirklich wunderschön, das sind absolute Perler der Rhön. Auch einen Abstecher ins Erlebniskaufhaus Rhöndorf bei Tann empfiehlt Hubert Heger. So oft es geht, kommt er hierher. Das ist also ein Laden, typisch für die Rhön. Hier bekommt man einfach alles, was in der Rhön hergestellt wird. Hier drin erkenne ich meine Rhön wieder. Ob Senf, Kräuterlikör oder Wurst, hier gibt es über 2000 verschiedene Kleinigkeiten zu kaufen. Immer ist es etwas Besonderes. Also ich finde es hier ganz toll, was es alles gibt. Nicht nur ich, meine Frau ist auch ständig hier zu Hause. Und die nimmt Freundinnen mit und Bekannten. Die wollen alle, wenn sie wiederkommen, sofort wieder in dieses Rhöndorf, in diesen Laden hinein. Im Berggasthof Ebersburg gibt es den Schlüssel für den dritten Tipp. Gut 900 Jahre alt ist die Ruine Ebersburg. Sie ist aus der Stauferzeit. Einmal in seinem Leben sollte man hier oben auf dem Turm der Ebersburg gestanden haben. Es ist einfach dieser Rundumblick. Und jetzt gerade in dieser schönen Jahreszeit im Herbst einfach wundervoll, finde ich. Gebaut wurde die Burg von den Herren von Ebersburg. Seit dem 16. Jahrhundert wohnt hier aber niemand mehr. Das ist zwar ein kräftiger Aufstieg für 10 Minuten lang, aber das hat sich dann wirklich gelohnt, wenn man danach dann noch unten gleich in der Gaststätte gut essen und trinken kann. Gern kehrt Hubert Heger mittags im Gasthof Ebersburg ein. Ein Platz, an dem die Welt noch in Ordnung ist, meint der Ranger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.